YouTube-Menschen, ich bin euer Odo. Wir sind hier in der zweiten Ebene von der Sycamore. Wo sind wir da jetzt hingekommen, frage ich mich. Da sind wir da durchgekommen, schau mal an. Hey, was ist ein Might-Hermit? Watches your angry and hisses. Ich glaube, der wohnt hier. Könnte das sein? Geht's da auch irgendwo weiter oder ist das einfach nur eine, quasi eine Wohnhöhle? Schaut fast so aus. So, links oder rechts? Nehmen wir mal links. Ich glaube, das ist gegen. Oh, wo geht's da hin? Look away to the surface. Great. I was feeling like a prison in this cave. Ah, okay, da geht's raus. So, wenn wir wieder raus holen. Hier ist der Weg. Raus. Ja, ja, klar. So, du. Raps Team. Ich meine, Loot gibt's halt wenig, weil diese Zentipeden haben halt nicht allzu viel überzeugt dabei. Die Might hätten natürlich schon um einiges mehr. Andererseits gilt es ja nicht alles. Wie sagt das? Ich finde das interessant. Ich glaube, ich habe irgendwas übersprungen. Es gab da. Es hätte da irgendeinen... Die inscription reads In praise of Taldor and the brave warriors of the 5th Army Of exploration fallen, but remembered in honor. Below is a date. Year 2014. Age of Entronement. Okay. The plate lifts. Welche plate? Welche plate? Ah, da ist eine plate. So, gibt's da noch eine zweite plate? Ah, da ist noch eine zweite plate. Noch eine dritte plate. Sehe ich jetzt mal auf den ersten Blick nicht. Oh, warte mal. Scared for champions. Na dann. Das ist mehr was für Fury. Nick Fury. Du. Nimmst bitte den als Gegner. Du. Oh, hast du das schon verwendet. Na Gott. Mach mal ein Shield of Faith auf dich. Und du. Mach mal das. Und du mein Freund. Das sind jetzt Böslinge. Oh, warte mal. Protection from evil. Und du mein Freund. Das sind jetzt Böslinge. Protection from evil. Mhm. Hm. Mufasa. Angriff. Okay. So. Du. Machst mal als erstes das hier. Und dann. Machst du das Shield of Faith auf. Sie nochmal. nochmal. Mal. Und du. Machst bitte nochmal das. Und zwar nochmal auf dieses Ding hier. Okay. Dann machst du es halt auf dieses Viech. Nein. Hörst du auf? Ja. Du. Machst bitte das hier. Ja. Nein. Du musst dich heilen. Du, meine Liebe, hast, glaube ich... Ah, das hätten wir noch zaubern können. Wir sind super da unten. Ja, ja, dann heil dich halt nochmal. Hm, wir könnten natürlich ein Small Elemental hier summonen. Touch of Good ist vielleicht nicht das Richtige. Ah, warte mal, du hast ja noch einen Scorching Ray. Das machen wir. Was heißt, Miss? So, und jetzt... Angreif. Jetzt haben wir einen Hurricane Bow gemacht. Hörst du auf? Geschafft. Geschafft. Hurra. Okay, du hast kein Dings mehr. Du. So, was dir nochmal ein Flick Boons? Du hast noch einmal einen Channel Energy. Puh. Schau was an. Na dann. Ich hoffe, da herinnen gibt es irgendwas cooles. Dass es sich ausgezahlt hat, dass wir da rein sind. Oh, was ist das? Ein Tongi. Und eine Half Plate. Naja, collecten wir das mal. Half Plate plus 1. Na bitte. 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 Ich glaube, wir haben auch ein Rezept. Was heißt eines? Mehrere. Was? Wo ist das? Shepard's Pie. So, was haben wir da eigentlich gefunden? Restovic Rangers Broken Arrow. Schau an. Ich glaube nicht, dass ich den Dings jemals hatte, aber gut. Vielleicht habe ich ihn auch einfach verkauft damals. Zu schauen wir mal. This room is surely the oldest, most forgotten place in this dungeon. The layer of dust lies thick as it blankets. Na, schau dir was an. Okay, wir sind am Ende angekommen von diesem Dungeon. Also zumindest in diese Richtung. Wir schauen weiter, da runter geht es noch. Hierher, Freunde. Hierher. 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 Und ich glaube, wir hätten den Tattuccio vorher schon mal finden müssen und dort hätten wir einen von seinen Gefährten kriegen müssen in Wirklichkeit. Irgendwie ist das nicht passiert. So, wo sind wir jetzt? Auf der anderen Seite von diesem Höhleneingang. Na gut. Da geht's weiter? Nein. Also geht's hier weiter. Mehr Zentipeden. Zu viel halten die Gott sei Dank nicht aus. Hm. Was ist das? Der Kobold has literally been bitten in half. Das klingt nicht gut. Wollen wir in diese Richtung gehen? Oder in diese Richtung? Was haben wir da gefunden? Edible Moss. Yay. Und Pilze. A secret sanctum well hidden from prying eyes. Oh, ein Drachenkopf. Das gehört definitiv den Kobolden. Kobolde lieben Drachen. Ja, nachdem wir aber nicht mit den Kobolden verblündet sind, habe ich überhaupt keine Skrupel, den Drachenschrein zu plündern. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ist er von dem Drachen durchgebissen worden? Hm. Wer weiß. Ach, es ist hier so dunkel und das ist so elend. Habe ich das letzte Mal in den Elfen gesehen, wenn ich dann besser gesehen habe? Oder? Ich bin wieder ein Giant Centipede. Ähm. Ähm. Kehlen wir die Diener halt. So spielen kann das jetzt nicht sein, oder? Nein. Anwärts! Ich muss sehen, was... Huch. Da von hinten kommt auch wer. Bleib hinter mir! Na, warte mal, warte mal, warte mal. Batterie. Du greifst bitte den an. Jaffel. Du deckst den hinteren Teil. Du greifst auch den hinten an. Du... Musst das auf den hier. Du greifst auch den an. Du stehst da. Uff, Wasser. Uh. Das ist ein kleinerer. Ein Tremendous Centipede. Uff. Du, Valerie. Geh bitte da her. Du bist immerhin derjenige oder diejenige. Die den meisten Schaden macht. So was ist das? Bleeding Touch. Finde ich gut. Versuchen wir das mal aus. Auf ihm. Umfasser. Du greifst den an. Du greifst eh schon den an. Du greifst eh schon den an. Ah, weißt du was. Machen wir ein... Ja, nein. Earth, nein. Fire will ich. Ein Fire Element. Hier, hier. So, Tristan. Okay, da greifst du ihn an. Feuer Elementar. Und dann Tristan greift da an. Das war nicht den, den du angreifen solltest. Ja, dann losen wir dich halt. Du Loser. Mach doch bitte mal das hier. Du. Mach doch bitte mal das hier. Okay. Du. Hast du das eigentlich schon bei dem Ding gemacht? Ich werde überwinden. Ich werde immer überwinden. Ich werde immer überwinden. Autsch. Ich werde überwinden. Ich werde immer überwinden. Ich werde immer überwinden. Du, Freundchen. Mach bitte noch einmal sowas. Jaffel, bevor du da einfach nur rumstehst und nichts machst. Ich werde überwinden. Vielleicht greifst du ihn an. Du, trink mal das. Autsch. Können wir das lassen? Bitte einfach so zu sterben. Trink doch bitte das noch. So, ich glaube... Wir sollten uns heilen. Puh, dieser Giant Centipede war gar nicht so schwach. Oder? Man sagt hier... Keine Antwort? Na gut. Okay, okay. Dann würde ich fast sagen... Ach. Kehlen wir das Ding da auch noch. Okay. Das war das. Das war jetzt nicht gut. Wie bist du jetzt gerade gestorben? Oh. Wegen dem Dexterity Damage, oder? Texterity 1. Okay. Amiri. Trink doch das bitte. Du hast nur ein Text zurückgekriegt. Aber immer nur den letzten Text schaden. Wahrscheinlich oder so irgendwie. So geht das aber echt nicht. Hast du noch eine Lesser Restoration? Gibt das eine oder andere? Nö, gell? So, schauen wir mal. Wie ist das mit deinem Spellbook? Du hast Lesser Restoration. Ich glaube, das sind Level 2 Sprüche, gell? Restoration Lesser, ja. Den haben wir auch raus. Und dann werden wir mal ein Camp machen. Hier ist ein guter Ort. Zum Campen. Äh, ja. Whatever. Hand können wir nicht machen. Scharpen Weapons. Amiri sharpens her Weapons, increasing the damage by plus one in the first battle within the next 12 hours. Naja, okay. Es gibt, es gibt bessere Bonierer. Tja. Hm. Was machen diese Sachen hier? Was macht Haggis? Wie kann man das sehen? Wie kann man das sehen? Plus one bonus on all saving throws. Und das macht die Shepherds Pie. Hallo. Auch plus eins auf alle saving throws. Genauso wie Hearty Meal. Aber Shepherds Pie ist einfacher zum Kochen, gell? Mhm. Machen wir das doch glatt so. Was heißt, you cannot cook here? Es ist gut, du bist mit uns, Valerie. Du bist wie ein verdammter Oaf, den wir unsere Beine gegen uns legen können. Oh, aber ich habe nicht gesagt, du bist zu schmerzen. Oder zu schmerzen. Oh nein. Ich habe mein Fuß in meine Mund wieder. Es ist alles. Ich verstehe deine gute Intentionen. Ich bin froh, dass du hier für meine Freunde bist. Boah. Ich bin froh, dass du dich aufst. Ich schиюke dich die Liebe. Anfasar, bevor wir uns ausführen. Ich versuche dich etwas zu erzählen. Ich versuche dich zu euch. Ich versuche dich zu meiner Hilfe. Ich versuche mich zu meiner Liebe, wenn ich mich für die Goddessen gefunden hatte. Ich bezüge meine Gratitungen an die Verteidigung. Das ist die Gestein. Sie schütze mich aus, und das ist die Verteidigung. Der Beine hat einige Potionen aus die baggericht. them to you. They are only a few, but they will surely be useful to you in your journey through the stolen lands. Yay, Potion of Resser Restoration. Das ist wirklich wichtig. What? No. Oh, it doesn't matter. Anyway, they are yours now. Oh, we do not make it easier. So, let's go into the journal. Ah, not in the journal. In the character sheets. So, I would like to know, you are still on 1. Ugh. What have you got for a minus? 2. Na gut. Und du? 1. Oh, I hate it. Ja, du zauberst das doch bitte gleich mal auf Amiri. Kriegt man 1, die 4 zurück? Oder wirklich nur 1? Weil wenn man nur 1 zurückkriegt, müssen wir auf jeden Fall raus hier. Dann können wir da nicht weitermachen. Wir sind immer so weit weg von Gut und Böse. Ah, 3. Sehr gut. Immer noch minus 3. Bist du irre. So, schauen wir mal. Okay, sagen wir mal, du kriegst noch 2 von denen, die wir jetzt gerade gekriegt haben. Remove Curse. Ah, das sind sie. Dann, was ist das? Wurscht. Nimm das auch noch. Das nimmst du auch noch. Das nicht. Ah, ich bin so ein Idiot. Mir fällt gerade ein. Und das ist das. Mir fällt gerade ein. Ich hätte... Was ist das? Auch mein Charmer? Ja, okay. Haben wir ihm schon einmal gegeben. Sollte er vielleicht auch irgendwann mal verwenden, der Dolm. Was ist das? Sleigh Living. Ah, das ist dieser Zauber, den wir in der Kiste gefunden haben. Ja, noch ein zweites Bless. Oh, super. Quick, quick. Senão wir missen alle 5. Oh, super. Oh, super. So, Miri. Nur noch minus 4. Oh, nicht schlecht. Hm, vielleicht sollten wir aber wirklich ausgehen. Ich will gegen Tattuchi und nicht in dem Zustand kämpfen. Mhm. Während wir quasi, hey, warte mal, wo geht's da hin? Achso, genau. Das ist der Ort. Während wir da jetzt kurz zum Oleg zurückgehen. Was? Wo sind wir hier? Hier war ich offensichtlich noch nicht. Ah, super. Skeletal Champion. Stay behind me! Ah, das machen wir doch klar. So, du wirst, bevor du da angreifst, was trinken, nämlich... ...pushen auf Aid. ...du wirst, bevor du angreifst, dich nochmal heilen. Okay, du bist da mitten reingelaufen, das finde ich gut. Und jetzt erst einmal das machen, und sobald die alle da sind, machen wir das andere. Und jetzt, mein Freund, machen wir das. Was? Was? Sie haben alle einen Will-Safe geschafft? Ärgerlich. Ich mach noch ein zweites Mal. Oh, Sir, ich sehe deine Licht. Ah, ja. Oder auch nicht. Yay, wir haben unseren Heiler gekillt. Haben wir gut gemacht. Weil er so dumm vorgelaufen ist. Wieso habe ich eigentlich nicht abgespeichert? Sagt mir das jemand? Du liegst da tot am Boden, gell? Oder fast tot am Boden. Du, mach doch bitte den tot. Oh, wir können uns nicht mehr bewegen, wir sind überladen. Hm, hm. Es scheint nicht zu schlimm zu sein. Wir scheinen es überlebt zu haben. Hier bin ich. Ja, das machst du bitte weg. Oh, wir können uns nicht mehr bewegen, wir sind überladen. Na gut. Ja, ja. Ja, ja. Kann ich fast nicht nachvollziehen, warum. Okay. Wir haben zu viel Zeug bei uns. Hm, können wir uns noch bewegen? Ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Das schaut cool aus. So, das heißt, wir müssen Zeug loswerden. Erstens. Ich bin so dumm. Wir haben ja eine Rüstung gefunden. Die ist besser als das, was du jetzt trägst. So, wir haben auch eine Waffe gefunden. Was ist das? Ein Tongi. Was ist ein Tongi? Ich weiß nicht, wie es ist. Wir können es alle nicht benutzen. Das ist eine nutzlose Waffe. Okay, gut. Dann werden wir Zeug runterlegen. Ich muss aufmachen. Na gut. YouTube drehe ich mal ab.